Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe hier einen Kochlöffel und das bedeutet, ich habe was vor. Und zwar muss ich Müsli-Riegel machen. Nicht weil ich will, sondern weil ich jetzt hier eine Tüte Macadamia Nüsse habe. Und mit denen muss jetzt irgendwas anfangen. Und einfach so runter futtern ist auch irgendwie doof. Davon abgesehen sind die dafür nicht unbedingt zu teuer, um sie so zu essen. Wahrscheinlich wäre das die einzig wahre Verwendung von den Teilen in Anbetracht dessen, was die dann auch kosten. Aber ich habe mich jetzt trotzdem entschieden, ich muss die jetzt irgendwie weiterverarbeiten. Deswegen habe ich einen Kochlöffel. Das heißt, ich versuche jetzt in völliger Ahnungslosigkeit, fast völliger Ahnungslosigkeit, mir in irgendeiner Form Macadamia Nuss Müsli-Riegel zu machen. So, jetzt war ich einkaufen und jetzt habe ich einen Haufen Zeug rumliegen und keine Ahnung, ob das funktioniert. Dann haben wir noch kernige Haferflocken. Dann haben wir noch blütenzarte Haferflocken. Und was ich jetzt unbedingt mal ausprobieren möchte, einfach weil ich... Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber was ich unbedingt ausprobieren möchte, weil ich es ausprobieren möchte, ist, kann ich da nicht noch ein bisschen Schmelzflocken reinschmeißen? Oder ist das total hoffnungslos? Hm, Honig. Teilweise ist noch Apfelmus drin. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass Apfelmus nicht unbedingt geeignet ist, um die Haltbarkeit dieses Dings dann noch großartig, des Resultats großartig nach oben zu setzen. Was ich auch gesehen habe, viele Leute schmeißen da noch Butter dran. Jetzt habe ich mich entschieden für deutlich weniger Butter, als in den Rezepten, die ich da so gefunden habe. Aber ein bisschen Butter würde ich jetzt auch einfach mal dran machen, zum Experimentieren. Beim nächsten Mal könnte man es ja mal ohne Butter, aus Gründen der Haltbarkeit eben versuchen. Aber andererseits, wenn man mal darüber nachdenken, wenn man sich Buttergebäck macht, die guten Weihnachtsbrötle, also bei uns heißen die Brötle, woanders wahrscheinlich Plätzchen, dann halten die ja auch ziemlich lange. Also angenommen, sie sind nicht bis Heiligabend weggefressen, was meistens der Fall ist. Aber wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann halten die ja schon durchaus sechs Wochen mindestens und sind auch noch gut essbar. So, dann habe ich noch Haselnuss geschrotet und leicht geröstet, ne leicht geröstet und fein gehackt, so heißt es. Dann habe ich Schokostreusel, weil da muss eine Schokoladenkomponente rein, ganz klar. Und habe keinerlei Früchte und so einen Scheiß, weil wir sind ja Penn-Müsli-Riegel. Gut, so und jetzt muss ich mixen und muss abwiegen. Und jetzt stelle ich fest, ich hätte ein paar mehr Töpfchen brauchen können. Ja, hole ich mir mal noch. Aha, und dann machen wir jetzt einfach mal Menge X. Ja, nicht sehr wissenschaftlich. Menge X hier mal rein. Bäh, das ist ein bisschen wenig. Ei, 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 ei. Cool. Gut, hat sich schon mal gelohnt. Ben hat was Neues. Ben hat was Neues. Ja, dann hau rein, das Zeug. Grundrezept. Ich habe mir schon was rausgesucht. Das sagt 250 von der jeweiligen Sorte Haferflocken. Jetzt will ich aber nicht so viel machen. Dafür habe ich auch gar nicht genug Macadamiannüsse. Und deswegen mache ich jetzt hier mit Omas Küchenwaage. Einfach mal 100 Gramm pro Ding. Scheiße, die wiegen ja überhaupt nichts. Okay, das waren so ungefähr 100 Gramm. Ihr seht ja gar nicht was ich hier tue. Wartet mal. So, jetzt könnt ihr so ungefähr. Jetzt seht ihr zwar meinen Kopf nicht mehr, aber das ist kein so großer Verlust, wie ich finde. Dafür seht ihr jetzt, was ich hier so tue. Also ich habe hier einen Messbayer und das meise ich jetzt das alles mal rein. Also, das waren jetzt Standard Haferflöckchen. So. 100 Gramm von Denedor. Kommt jetzt auch da rein. Gut. Was haben wir noch? Wir haben jetzt noch Kerselnüsse. Dann machen wir mal. Gut, der ganze Beutel sind nur 100 Gramm. Hier sind jetzt so ungefähr 50. Ja, ich weiß, ich bin echt nicht sehr wissenschaftlich heute. Ich mache das so ungefähr. Dann habe ich hier noch Schokostreusel. Die sind erstens mal lecker. Und zweitens sind die dafür gedacht, um das Ganze auch nochmal konsistenztechnisch ein bisschen mehr zusammenkleben zu lassen. So meine Hoffnung. Okay, das müssen wir jetzt noch aufmachen. Irgendwo hatte ich doch ein handliches Messer. Handliches Messer wieder weglegen. Ja, wenn Frau nicht da, dann kann ich wenigstens sehr männlich backen. Entschuldigung. Was sind denn das? 200 Gramm. Gut, dann kann ich ja die Hälfte. Ja, nicht ganz. Jedenfalls sollte das reichen. So, dann brauche ich jetzt Platz. Und ein Brettchen habe ich jetzt natürlich wieder nicht im Keller. Außer ein ganz ganz kleines Brettchen. Ja, dann muss das halt reichen. So, ich gehe mal holen. Okay, also es herrscht ein akuter Mangel an Brettchen. Moment, ich muss Platz schaffen. Aber das macht nichts, weil ich habe hier noch einen Topf gefunden und ich habe ja eine Elefantenhaut. Dann können wir Macadamianüsse auf Elefantenhaut schneiden, weil Elefantenhaut ist ja stabil. Dann geht das. So, wo ist mein handliches Messer? Ja. Nein, das ist nicht mein Ernst. Also nicht so richtig. Also so einen Macadamianuss schneiden ist gar nicht so einfach. Insbesondere da das halt auf dem Ding zu sehr federt und dann fliegen die hier in der Gegend rum. Und ich glaube, ich muss mir wieder ein kleines Brettchen holen. Aber die Idee... Nein, ist nicht gut. Gut, nach circa drei Minuten Geschnippel habe ich beschlossen. Ach was, das geht auch mit ganzen Nößen. So, jetzt soll man, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe... Oh, da ist noch eine halbe. Irgendwie hier Butter schmelzen. Also schmelzen wir Butter. Wo sind meine Streichhölzer? Da. Butter. Und dazu kommt Honig. Wo ist er? Hier. Das ist jetzt nicht der beste. Da habe ich jetzt... Ist auch nicht der allerbilligste. Aber normalerweise bei Honig bin ich wählerisch. Da nehme ich immer den guten regionalen deutschen Honig. Inzwischen übrigens mein Hafer Schleim hier. Also dessen Klebfähigkeiten überzeugen mich sehr, muss ich sagen. Dann bin ich guter Dinge, dass der in irgendeiner Form zur Gesamtklebrigkeit der Masse positiv beitragen wird. Vielleicht sollte ich doch noch einen Schupp Milch ranmachen. Das ist glaube ich was. Da muss ich nur aufpassen, dass ich hier keine was auch immer Vergiftung bekomme. Ja, schön auf kleiner Flamme. Toll und jetzt ist mein Kochlöffel dreckig. Weil es soll ja auch Spaß machen. So, das funktioniert. Also noch weniger Pover ist jetzt echt nicht möglich. Sonst muss ich es halt zwischendrin mal runter nehmen. Wenn die Butter schmilzt. Wir machen einfach mal Honig dazu. 52 Gramm Honig heißt im Hauptrezept. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte. Das heißt ich muss hier ungefähr den halben Honig reinhauen. Oh Gott, das könnte eine Weile dauern. Der wird jetzt auch relativ, da bin ich jetzt selber positiv überrascht, vergleichsweise flüssig hier. Danger. Ein Blick in den Topf. So. Jetzt steht hier ganz woanders plötzlich. Ich habe keine Ahnung ob das eine gute Idee ist, aber ich mache da jetzt einen Schuss Milch dran. Weil es kann. Jetzt noch schaffen nichts anzuzünden. Untersetzer brauche ich nicht. Tisch ist aus Holz. Ihr seht nichts. Ach, verflixt. Das hier war ja noch als Klebrigkeitsverbesserer. Das klebt so gut, das kriegt man jetzt nicht mal mehr da raus. Hossa. Okay, der Topf ist ein bisschen klein. So. Was ist das? Eine Nudel? Oh, tatsächlich. Na ja, das kann passieren. Ups. Da ist noch nicht ganz alles vermischt und hier ging was drüber raus. Also es ist kein Totalausfall. Also die Masse, die sieht jetzt eigentlich schon ganz appetitlich aus würde ich sagen. Und klebt wie Sau. Das ist ja beabsichtigt. Also von daher kann ich mich da nicht beschweren. So, dann versuche ich das jetzt mal auf ein Backblech zu bekommen. Gut, dass ich eine kleinere Portion genommen habe. Ist ja wirklich so schon enorm viel. Muss man erst mal gegessen kriegen. Ei den Ei. Gut, aus dem Topf rauskriegen geht vergleichsweise gut. Das hatte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Also ihr müsst wissen, meine persönliche Erfahrung im Bereich Backen beläuft sich auf einen Kuchen, den ich in vielen Stunden arbeite. Der war dann aber auch lecker. Das war ein stinknormaler Rührkuchen mit Schokoblasur. Meiner Lieblingsmitbewohnerin mal gemacht habe. Als die Geburtstag hatte. Zu Studentenzeiten. Das war glaube ich das erste Mal, dass ich nennenswert was gebacken habe. Also mal abgesehen von Backmischungen. Ja und dann lange lange nix. Und dann hatte ich irgendwann mal irgendeiner inzwischen verflossenen ebenfalls mal noch so einen Kuchen gemacht. Ja und als Kind habe ich Mutter beim Plätzchen machen geholfen. Das war es dann aber auch. So. Hm. Schön flach ausstreichen. Ja. Diejenigen, die das geschrieben haben, sind lustig offensichtlich. Oder hatten da irgendwie nochmal ein besseres Tool als ich mit meinem Löffel hier. Ja. Hm. 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 Das klebt super am Löffel und nicht am Backpapier. Gut, das ist ja der Sinn des Backpapiers glaube ich. Hm. Ja. Also schöner wird es nicht. Ist mir auch egal. Das schmeiße ich jetzt so in den Ofen. Vielleicht klopfe ich oben noch ein bisschen mit einem... Wie heißen diese Teile mit denen man den Teig... Diese Gummidinger... ...zum Topf aus... ...kratzen... ...Rührschüssel... ...auskratzen... ...diese Kunst... ...Gummi... ...keine Ahnung. Gut. Ähm... Ja. Ich schmeiße es jetzt einfach mal in den Ofen und habe keine Ahnung was dabei rauskommt. Aber ich glaube schmecken könnte es das Resultat. Bis später. So jetzt ganzes Weichen später. Macht ja nichts. Bin fertig. Das Resultat sieht jetzt so aus. Also zum Beispiel kann man jetzt auf verschiedene Art und Weise schneiden. Das ist jetzt ein recht langer. Den sollte man vielleicht nochmal in der Mitte durchschneiden. Man kann die natürlich auch noch ein bisschen breiter machen. Werft doch mal spaßeshalber einen Blick nach unten. Tada. Also das ist jetzt halt eben hier so meine, meine ersten Versuche da was rauszuschneiden. Der hier ist ein bisschen sehr schmal, der hebt da nicht. Und dadurch, dass ich da ganze Nüsse drin habe, ist das der Stabilität der Masse auch nicht unbedingt förderlich. Das wäre schon schlau gewesen, wenn man da das ein bisschen anders gemacht hätte. Ansonsten glaube ich, so Quadrate sind auch eine gute Idee. Geschmacklich ist das durchaus lecker. Doch, also es schmeckt schon gut. Es gibt auch käuflich erwerbbare Riegel, die jetzt geschmacklich vielleicht auch noch einen Ticken besser sind. Die haben aber nicht ganz so viel Kalorien, habe ich zumindest den Eindruck. Also durchaus eine echte Alternative zu den käuflichen Produkten. Haken Haltbarkeit. Ich kann euch nicht sagen, wie lange das genau haltbar ist. Ich schätze mal, also unter drei Wochen, muss man nicht drüber nachdenken, also drei Wochen mit Sicherheit. Insbesondere, wenn man es dann vernünftig verpackt. Sprich, nach Möglichkeit an einem kühlen, trockenen Ort und luftgeschützt. Also abgesehen von der Umgebungsluft, die halt mit der Verpackung mit eingepackt wird. Also man muss das jetzt nicht vakuumieren. Kann man natürlich. Hebt dann tendenziell nochmal ein bisschen länger. Das ist schon so. So, Thema vernünftig verpackt. Wie verpackt man jetzt sowas? Da habe ich mir auch so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Und habe gedacht, ich nehme doch einfach mal das gute alte Butterbrot Tütchen. So, und in so einem Tütchen kann man dann wunderbar umweltfreundlich ein, zwei von diesen Stücklein da verpacken. Machen wir doch sicherheitshalber noch ein bisschen mehr rein. Ja, sehr hart ist es halt nicht. Das bricht schon relativ schnell. Andererseits ist es eigentlich relativ angenehm zu essen. Und dann kann man das in dem Tütchen, meiner Meinung nach, durchaus so verpacken, dass das dann auch, ja, so kann man das dann auch gut mitnehmen. Das kann man sich in den Hosen da stecken. Da ist, da ist die Schokoladen, der Schokoladenanteil da drin wird dann halt wieder etwas weich. Dann ist es halt im Endeffekt, ne, nicht mehr ganz so. Hat man halt keine super sauberen Pfoten, nachdem man es gefuttert hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas gegen so eine Verpackung spricht. Und dann hat man halt eben entsprechend weniger Plastikmüll auch. Vielleicht, vielleicht echt eine Alternative zur üblichen Plastiktüte. Selbstverständlich kann man Plastiktüte auch wieder verwenden. Dann ist das Ganze überhaupt nicht so dramatisch. Oder man nimmt eine Tupperdose oder sonst was. Bei der Dosenverpackung jetzt zum Mitnehmen, so für auf Tour und für unterwegs, stört mich dann halt allerdings die Tatsache, dass die halt wiegt, wenn sie leer ist. Und das da wiegt, wenn es leer ist, nicht viel. Eine Papierverpackung hat dann außerdem noch den großen Vorteil, dass man sie verheizen kann. Ne, ohne dass da was Schlimmes passiert, weil ist auch nur Holz in Anführungszeichen. Jetzt sind diese Tütchen hier zusätzlich noch fettdicht. Das heißt, das Holz hat in irgendeiner Form eine Behandlung erfahren. Das ist aber trotzdem problemlos verbrennbar und dass da was Schlimmes bei rumkommt. Da wüsste ich wirklich jetzt nicht, was da noch drin sein sollte, dass das nicht geben täte. Und ja, das ist doch ein schönes, kompaktes Fresspaket. Ja, jetzt fange ich an, interessantes Zeug zu erzählen. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Macht's gut. Und ich habe jetzt einen Müsli-Riegel. Oder sowas in der Richtung zumindest. Tschüss. Tschüss. Tschüss.